ne du holst dir nen Langschwert damit es so wie die Schnauze ach so ja, guck mal, wer schneller super, wer schneller muss ich Ghost anmachen? ja, bleib mal stehen na, was, ich bin noch schneller wuuuh, immer noch 20er Vers, hammergeil wie steht du mit schneller hast du grad das Ding gemacht? äh flash ja, nein, jetzt hab ich geflasht wieso ziehen wir jetzt? oh, ich darf, wenn ich uns die Börse fällt mir grad ein ich bin ne Evelyn, ich flashchecke das ist das dümmste, was man machen kann mit Eve ich bin ne Evelyn, ich bin ne Evelyn ich bin ne Temo du hast einen Billigmann das hat den Camp ok wir gehen in den Unterner-Dschungel Alter, Tonne ist so fett oh Leute alter, du hast da verrate uns doch nicht jetzt kommen die alle weißt du da unten, sind sie da unten, da unten, da unten da unten oh go go sag mich vor du bist in die Mitte ich geh nicht vor das ist einer da drin, das ist einer da drin das ist einer da drin das ist eine Eier geht ja gar nicht was das los, töten töten ich bin auch ausfallen kann keine Falle sein ich hol mir den ich hol mir den ich hol mir den ich hol mir den go 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 sie werden mich töten ja nicht jetzt raus nicht jetzt raus oh lol wo ist die hin? die frefst dich lol du gehst die hin die er geht nicht gut pass auf du keinem Kling auf Barron, pass auf Sheiko so, nice hoppla Alter nein du kannst die kill nicht machen wenn ich kein Assis krieg ich hab im letzten game als Sheiko war bei jedem kill ein Assis gehabt der ist drüben der ist hinter dir der ist hinter dir du das ist eigentlich Timo aha wenn doch geht du keine Lotte zack lol jetzt hab ich mich geflasht hab mir nichts mehr draufzusetzen au waren die denn von uns? nein, ihr macht das keine Krise ohne mich fäll oh guck mal das ist auch ins Auge wow Auge das ist auch ins Auge wo 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 ohne Witz ich kenn keinen Nieder die mit dem schwer zu viel dämlich macht die Dark weil jeder Niederli dämlich ist ja die rennen alle nicht nach hinten weg ja sicher weh der klingt nicht äh ich hab ihn lol ich hasse Wild ich bin voll nein der Putin der Putin der Putin alter wir werden sowas von verlieren ach wir können gar nicht verlieren wir haben mich ich geh mal runter ähm hast du Video da oh mein Gott oh mein Gott war fest ja das Bild conduelt Ulrich политikat ich habe es ganz auf jeden Fall keine rose wird auf死en die und aufgetaert wahrscheinlich dr um tr каждung irgendwo traurig das ist das Fokus und jetzt machen wir es sich in den 2 er ist auch er bleibt auch okay und es kann keine Falle sein und wir haben ja und er hat die Schussballer der Einbringung ich sehe mich trotzdem war auf dem TF und alles Schau! Ich bin nicht weg! Alter, warum greift ihr nichts an? Nein, nicht mehr! Oh, nicht Angst! Los! Warte mir! Nein! Er geht weg! Lauf über die Lade, Alter! Komm, die chatten mir! Flieg, Jemo, flieg! Okay, los mit mich! Go Dark! Hier ist irgendwo noch ein Checo! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hier ist ein Checo! Hier ist ein Checo! Bleib mal ein bisschen bein, Alter! Wohle, du bitte kleiner Bär! Und der P, du Alter! Meiner! Nein! 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 Ich möchte auch mal einen Kill haben! 5-0 ist zu weit! Ja, ja! Ich bin auch... Ach, so schlecht! Die EU hat verdient zu sterben! Das war 60! Du bei 10 Minuten... Du kennst doch nach der schönen FTT war! Was?! Kennst doch, ob das Spiel aus dem FTT die Läge hat! Oh ja! Das... Oh ja, gerne! Oh ja, gerne! Gerne! Ah, da kann... Kann dein Freund immer die Fresse halten! Das sind Leute nicht so was wie der Ruze, die du einstellen kannst als Timo! Anführer! Ja! Ja! OP Bait! Und tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lernt was vom Erdbait! Oh lol! Hier ist ein Checo! Oh lol! Das ist ein Bolivier! Er spielt AD Shaco! Oh mein Gott! Nein! Er ist tot! Er ist endlich tot! Er stimmt so recht! Oh mein Gott! Ich bin so tot! Bist er tot! Kacke! Timo! Beschütz mich! Lauf! Lauf! Lauf du Nutzer! Ich bin weg! Fick dich! Ich hasse dich auch! Tschüss! Nein! Was ist das dein Ernst oder? Ja komm, hol mich! Komm hol mich Timo! Er Checo! Länger halten! Ich kann auch wieder so rumlaufen! Go go go! Hinterher hinterher! Weißt warum? Oh der Timo ist so nutzlos! Er deft mich nicht! Alter was ist das denn?! Learn to aim! Jetzt komm hier hinten helfen! Hier ist der Ash! Hier ist der Ash! Komm zu mir! Ich will jetzt killen! Na Junge, jetzt läuft ich hier! Ich bin ja wohl lieber da immer noch hin! Ich bin ja wohl lieber da immer noch hin! Ich bin ja wohl lieber da immer noch hin! Nein! Nein! Kommst! Kommst! Renn Junge! Renn! Lauf unter Leben Timo! Lauf! Oh mein Gott! Wie schnell das bin! Das geht doch! Ich hab kill! Oh yeah! Ja! Komm! Oh Gott! Das bleibt das! Geht er jetzt hin? Geht er jetzt hin? 10 Minuten drauf gehen! Du kennst du Reds Timo? War ich auf der Lane! Bin ich nur ausgewichen! Wieso kaufe ich ihn mal eigentlich als heutiger Wort? Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Ach nee! Das bin ich da nicht hingegangen! Du bist so bad! So bad! Du bist so bad! Das bin ich in Ruhe! Mann an Timo! Schändig! Hält sie knapp hier Timo! Ich bin noch nicht gestorben! Master was ist los mit dir heute? Ja klar! Als Timo zu sterben, catche Timo ich voll drauf! Wow! Warum hält Master! Mann Master! Der ist voll kill greedy! Sagst du dich wieder auf warmem Spielen zum letztes Mal? Ich hab das ja wohl ja die Bugkraft! Wuuu! 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 Oh mein Gott nein! Nein! Weitere gegne gli auf der Lane, oder? Oh Gott! Ich hab das Gefühl... Ich hab das Gefühl, das Yves braucht Hilfe! Ich finde die Shaker! Darf ich mir einen Schwerter zu kurz rum? Oh mein Gott! Das ist der neue Patch! Also die Regeln! Oh mein Gott! Timo hilf mir! Er hat die Schnauz! Ich hab ihn geplanetartet! Der ist voll geuselter demore! Nee gar nicht! Ich tanze den Shaker dort! der Speer von ihr lebt die Mischung alte Wurzungen bis jetzt mit meiner Maus auf der Sonnabend ja Osnabr Stuhl Schmuck gelernt nur die 1 2 Engl schlägt Prozent der Wohliberg und überlegen was ist ein Karten aber ich habe kein ein Spielschutz was was da drinnen jetzt als letztes Mal war das wie gechillt da, ja voll die Failpicks für uns dieser Eve dieser Eve, was kann der eigentlich ich mach die Suicide, ne sag mal hier hinter euch kommt der Ash Bye bye Ash und wohl mich, ich bin dein Freund, ich will dir nichts Böses oh, sie kommt wirklich oh mein Gott ich kann mal auch ja, geh weg warum ist Ash Level 3 die hat EXP geleached, die ist über die Mitte gelaufen möchte auch IP leachen ja, das dafür machen ich steh mich zu und sie beiden die Winzer das ist ein Kartus im Busch, äh, soll die Hand nehmen hinter euch, hinter uns, hinter uns oh, habt ihr diesen Stein gesehen? den geilen Stein oder so Nexu hat schon wieder keißen, Wolf wer? äh, Leben na Master, du bist jetzt ausgeschlossen was für Schuhe soll ich mir holen? soll ich mir Filferboots holen? ne, ich wusste nicht sag mal, was für Boots ich mir holen soll Tankboots ja, die haben mehr AD, mehr AD, mehr AD, mehr AD, passt oh mein Gott AD Schuhe oh mein Gott ich bin in Ruhe lass meinen schönen Arsch in Ruhe ich hab sechs Healpots dabei warte, meint ihr, die wissen, dass ich hier bin? oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so tot ja, ich bin hier ähnlich auf no, die hatten feiße führen ja, mini ist mein Gott, die Kamaker Dallas ist zurück ich bin voller Supporter diese Runde jetzt wird es ist wir sind herren fröhlich, der Knick thus war auch mottena ich mag's dir jetzt die Filler nein, meins, fick dich wieso farmen die? Shaco farmen mit seinen Boxen, doch hier, der Shaco farmen mit den Boxen die Wölfe der scheiß Cheater guck mal, der Shaco hat einen Wolf soll, report Box die Box er wird sterben er wird sterben komm, töt ihn, töt ihn noch gib ihn, lass ihn mir alter, meine Fraybumpersche so was gibt's denn das oh, das lag ach, super, genau guck, wie sie xp leaght sie ist Level 4, wir sind alle Level 3 ja, sicher ja, sicher ich laufe gerade aus hinterher, wenn sie treffen mach jetzt auch du wirst auch ep-leads das machen die alle, die alle ep-leadschen hier die alle ep-leadschen hier da sind die Shaco die absolut blase blase blein blase 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 da wollen wir und das haben wir da rein alter, meine maus lag, meine maus lag, meine maus lag ja, toll, die kam doch noch mehr und unauffällig, ja, so oh wir laufen ich darf den laufen über die Mitte lass die Flamen wir müssen dann einfach mit Catchy Teemo spielen spitze ja komm fick das doch die's cheaten cheater Charlie Sheen cheater da auch aber guck's doch mal an die Nidalee hat 3 Farms war schön ne wenn die weiterhelfen dann steh ich gleich beim Baron hin und steh ich unter den Baron ach was soll ich ich komme da irgendwie drauf dass ich da steh die ist noch zu blöd die Einzelgruppe die Regeln zu befolgen Checo ja und ja wow also da steht der einzige ist der Checo von denen nein der fahrt mit seinen Boxen hier ist komm der steht da drin er hat einen Wolf gefahren oh oh ja komm der hat nur zu komm ich geb dir ich geb dir die Leute ach da führende blöder Stein sorry die Woche müsstest die Handickel bei euch haben Alter was gibt mit meiner Maus ich bin doch da ist mir doch egal immer diese KS wo war in der Falle folge ich das Oracle jetzt auf Zeitlich man kann auch ich bin doch was ist was ist die EU soll ich den Geist auszusehen hätten aus versehen ja so ganz auszusehen weil meine Maus lag ja was macht der Woli denn da guck ich das mal an der farmt Lass ihn töten. Der Wully farmt. Lass auch farmen. Farmen, okay. Lass xp leachen. Hoppla. Hoppla. Los, ich denke. Okay, ich take a leg. Oh, fuck. Fuck. Oh, ich hab Minion gehittet. Oh mein Gott. Oh, schon wieder. Ups. Hoppala. Ups. Alles unnachsichtlich. Meine Mausleck. Erst du fünf, Alter. Du fünf. Ich geb mich eh erst. Erst nicht. Hoppala. Das war Schlechtes. Ja, wichs Wully, ey. Mein Kerl. Egal, wir gewinnen das ja trotzdem. Wenn ich dich mal weh kollen muss dafür. So, genau. Vorhin sohn, Alter. Soll, da kommt ne Eich. Au. Ja, jetzt stehe ich am Tourette. Und jetzt, was wollt ihr machen? Am Tourette? Am Tourette, Junge. Am Tourette. Pau, Junge. Du. Weißt du schon fast wie Schießboden schießen für dich hier. No, 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 nein. Geno, du kannst hier mal nen... Retard hat nen Shaco töten. Was ist ein Retard? Was kannst du eigentlich? Oh, weh. Au. 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 Nein, ich wollte farben. Ich hab die auch nicht bekommen. Achso. Schick rum. Au, Junge. Ha, nu. Seid ich B-Kollen, oder? Lass ich nicht. Um, ja. Du bist schon AD Shaco. Ne, er ist schon AD Shaco und schreibt um. Alter, kannst du mal aufhören die Dauer zu save'n? Äh, tue ich doch gar nicht. Ich ist loady total. 5 Minuten, ja. Ihr habt mich einmal getötet. Also, ich hab euch mal getötet. Nice. Nice, oder? Der Tor war auch nötig, fand ich ja. Ja. Sehr unnötig. Checko ist hier, Vorsicht. Ich bin so dumm und komme nicht mal auf die Idee, dass sie mich jetzt catchen könnten. Heißt ja auch nur catche Timo, aber... Kannst du mal aufhören zu lachen? An Kiron. Nein. Nein. Jetzt komm, du gehst gleich so'n Speer hin und würdet mich. Guck mal, da ist wer. Du kriegst da gefunden. Nein, nicht mich! Ich will doch sterben. Oh mein Gott. Das sind die Alli, das sind die Alli. Hier hinten links. Unser Minion ist so tot. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ich hab die, ich hab die beste Ulti in the... In-Lol. Ich hab die... Die Trundle Ult. Das ist die beste Ulti. Die ist so useless. Das ist die beste Endgame, du kriegst 100 Leads. Scheiße, ich camper, Alter. Wie bei M2-3, immer campen, immer campen. Ich hab meine Warmungs, wir haben gewonnen, ich hab Warmungs. Ich hab ihn exaustet, ich hab ihn ignited, das war mein Kill. Ja. Man sollte es nur ruhig von mir aus nehmen können, aber nee. Das Problem ist, diese Lache von Tornel ist scheiße lang. Ich hab Warmungs und 9 U-Pots. Wir haben gewonnen. Ich hab' diese göttliche Ulti an. Was will da eigentlich Tornel? Tornel Stufe 6. Ich bin auch Stufe 6. Ich bin noch nicht Tornel Stufe 6. Ich bin Stufe 7. Ich ist ja auch schlecht. Holy Shit. Ich mach kurz ein bisschen XP, auch so unabsichtlich. Mach so wie der Tornel. Die Minions. Wieso bin ich auch scheiß Falle? Hoppla. Oh mein Gott. Das nehmen wir natürlich zum Anlass mich zu töten. Lech. Wenn er gleich hier reingestimmt kommt, kill ich ihn mit meiner Rollst. Soll ich zu euch kommen oder kann ich das richtig bleiben? Hm? Zwei Minions. Meist ihr, ich kriege die Daumen? Da sind, da ist Checker. Komm, ihr seid mal da kaufen. Er kommt, er kommt. Der kriegt dich nicht. Gott, ehrlich. Ich stelle meine Quip an. Oh mein Gott. Nein. Jetzt bin ich dran. Ich bin sicher. Er hat mich gebeißt. Er hat mich gebeißt. Wie viel Schaden hat sie das gemacht? Zu viel. 446. So lächerlich. Das ist Woli Bear. Das ganze Temp ist lächerlich. Das, das, die Sache, es regt mich halt nicht auf, dass es so viel Damage auch hat. Aber er ist halt ein Tank. Tanks wachen doch nicht so viel Schaden. Klar, guck die Malfight an. Das ist die Definition von OP. Ein Tank, ein Tank, der wirst aushalten. What? Hä? Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Ja, Dark ist tot. Alter, guck dir an, wie denk ihr es? Guck dir an, wie viel er cheatet. Guck mal. Ich fahr mit dem auch. Guck mal, wie Master sie alle own. Oh, Master. Na ja. Und kann man das nicht wirklich nennen. Ah! Ich glaub der Woli war vergessen. Ich hab sie auseinandergetriffen. Ich krieg'n Kill. Ich krieg'n Kill. Nein, ich krieg'n Kill. Hinter uns Cheiko. Hinter uns Cheiko. Hinter uns Cheiko. Hinter uns Cheiko. Alter. Meine Maus legt. Der kann mich mal. Der Woli, den chase ich jetzt. Wo ist denn hier ein Cheiko? Der fordert sich B, der Woli. Keine Ahnung. Auf jeden Fall legt meine Maus gerade. No. Da fuhr. Ah! Ich hab's dir gewonnen. Ah! Barry, geh da weg, Alter! Halt's auf. Ich hab neun Healpots. Bei dir ist ne Checkung. Krieg' den. Ich krieg' den. Ich mach' den jetzt. Komm her, Junge. Komm. Ja, one on one. Timo gegen Cheiko. Goat. Ich und deine Mama gegen dich. Ja. Gewonnen. GG überfällt. Komm zu mir. Leute, ich hab' ihr kein Problem. Na, danke. Oh, Minion. Set nie alle Items. Flucht das Licht und Fähne. Junge, fick dich mit deinem Stein. Die hätt' ich bekommen. Hättest du gar nicht. Ja. War's da? Ja? 15 Minuten sind wir schon rum? Bären, du hast dich ausschließlich nicht bekommen. Ne, hätt' ich bekommen. Nein. Aber du hast ihn ja anscheinend nicht bekommen. Du hättest ihn noch nicht bekommen. Ja, es klaut mich. Guck mal, wie ich alles abfange. Ich dachte, das Spiel ist vorbei. Deswegen hab' ich gerade... Ja, ich... Ach, das Spiel ist vorbei. Ich geh jetzt. War auch schon wieder. 5 bis 6 Löckerl. Plätzchen mit Erwärmungs war witziger. Hatt' ich am Schluss dann full tank equipped und ne Atmos. Wie der Tor mich erst angegriffen hat, nachdem ich erst ignited. Guck mal, wir klicken zu fünft ein, ne? Wie lange wir brauchen. Und der hat sogar den Ignite drauf und der regeneriert über viel. Naja, das ist ein gefarmter Voli. Er hat 4 Last Hits. Ich hab' die Stimme. Fuck. Nee. Holy shit. Wo kommt die Asche? Pilze. Pilze sind ready. Jetzt wird's richtig trolling. Ja? Wo ist er hin? Alter, warum surrender die nicht? Boah, mein Gott. Ja, geh mit. Wie sie 0 Damage macht. Wie sie 0 Damage macht. Can you store? Haha, aber alles. Da pushe ich lieber durch zu dem Mixer. Hab' ich grad schwer gefressen? Ja. Fick dich. Ne. Das ist aber nicht möglich, dass es deine ist. Guck mal, was die machen, die doch nach mir vorbei. Schau mal, ich selber weg. Nix. Hoppla. Im deutschen Staggrot. M-Din. Guck dir diese Wolli-Wolli-Wolli-Wolli. Der hat ein Tormael. Keine Boute, aber ein Tormael. Oh, anti App schon. Übertreib' alter. Guck dir das an. wie viel Schadensbildentausch ist nicht mal 100 kommen wir mal ein bisschen AP was kommt nicht mehr Badgame was schreibt die Badgame hab ich gar nicht der Wullybär schreibt Trollol Trollolol Nein, nicht mal